Hallo, ich bin Anna Blomgren und ich komme aus Schweden, wohne jetzt in Schöne Deutschland und ich bin internationale Stressurreiterin und ich habe auch viel Fokus auf Mentaltraining für die Pferde. Mitzumachen ist der Plan, dass ich eine siebenjährige Stute nehme, die hat eigentlich nicht viele Turniere gegangen, die kommt auf die Züchte, kommt aus der Schweiz und ich möchte gerne für diese Pferde, die auch eine gute Erfahrung für die Turnierumgebung kriegt, sondern denke ich so eine Klinik ist eine ganz gute Trainierungsmöglichkeit. Ja, diese Pferde ist eine gute Qualität für Grand Prix, denke ich, aber so eine Nachbuchsfärde. Ich bin ja Dressurreiterin, aber ich habe viel Fokus auf diese Mentaltraining und das ist, dass wir eigentlich eine Vertrauensarbeit mit den Pferden machen wollen, weil wir als Menschen, wir kennen mehr als die Pferde, diese, was sagt man, unsere Environment, was ist eigentlich gefährlich oder nicht für die Pferde. Die Pferde kennen das nicht, weil das ist nicht eine natürliche Umgebung für die Pferde. So, dann ist das Training, dass wir möchten, die Pferde ein Konzept lernen, dass wenn die Angst kriegen, besser als weglaufen, wenn der mit seinem Reiter oder dem Mensch bleibt, dann ist das auch okay. So das Pferde, wenn ich sage, so mein Pferd, trotz der Pferd Angst hat, sagt, das ist okay, ich brauche keine Angst haben, nichts passiert. Das Pferd sagt, okay, mein Reiter sagt, das ist okay, okay, ich kann hier bleiben. Weil das ist ein schönes Gefühl, so ein bisschen hohes Selbstvertrauen zu haben, als sich erschreckend entspannt Adrenalin zu haben. Ich freue mich ganz viel, dass ich nach Aachen Dressage Late Night gehen möchte und eine Show und eine kleine Klinik machen.